Falls einer kaputt geht Ich nehm den Ich hab wohl steckt mal aus dem Kafferaum aus Nein, ich hätte mit mir rausfahren Die Lada Gang ist wieder unterwegs Ist das irgendwie eine UHZ oder was ist das? Ein Lada, scheiße Ja dann fahren wir jetzt geradeaus, da vorne 600 Meter und dann fahren wir die Hauptstraße entlang Hä, wo ist denn jetzt die Straße? Die ist doch irgendwo einmarkiert Ja da unten an der Hauptstraße treffen wir uns Ja und den Octavia hier? Was für ein Octavia? Ich hab hier einen Octavia gefunden Oh Gott, ja scheiß auf den Ja Oder willst du umladen? Nein Der legt den in den Büffelt richtig hart Hallo Uwe Was machst du? Oh shit Alter Was? Alter Was? 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 Was zum Teufel? Ich Doppel hat das Bäm Heißer, Alter Ja Seid ihr beide tot oder? Ne Renn weg, renn weg Von dem Auto Ich hab überlebt Jungs Jörg auch Jörg lebt noch Oder? Maustaste Abspringen Abspringen Dann weg Ich hab gar nicht Schnell Ah, ich seh nur noch hinten zu filmen, Ralf Boah, du sch... Alter, voll die üble Explosion Ich fahr vorbei Wow Wow Jörg lebt immer noch Du lebst noch Jörg, dann Komm, schnell weg Schnell weg Da erschieß ich ihm so ins Bein Hä, was macht der bei mir? Ja komm Ja komm, hier hoch Wohin rennst du Wieviel Leben hast du noch? Heil dich mal Ich hab nur 68 Leben, Alter Ja, dann heil dich mal Alter, was war das für ne Aktion? Wo bist du ihn reingefahren? Das ist eine Trauer, fahr mal von rechts Dann gab's nichts mehr zum Reaktieren Ich dreh mich nur noch um und sie Zul gefühlten Atom Ich hol den Octavio Schadensbegrenzung Alter, da waren unsere Benzincontainer drin Okay, dankeschön Ah, hier ist einer Können wir so viel Schwein haben? Alter, ihr wisst schon, dass da grad die Benzinkanister drin waren in dem Die wir für den Helikopter brauchen Helikopter 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 So, voll Ey, bis heute das heißt Ja Scheiß, komm Helikopter Einmal Ja 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 Ich glaube das kommt genau aus meiner Sicht Genau aus deinem Lauf Oder was? So in der Fall Ist da noch was drin, Maci? Duct Tape? oder ja hier auf vorne ist der scheiß haufen verkauft teil ding ja dann gehen wir jetzt zum helikopter und füllen den scheiß haufen mit einer kann mit einem kanister klappt ja alles sehr gut gerade also ich bin jetzt am helikopter ich weiß nicht wo ihr seid ich hab 20 reingefüllt dann kannst du jetzt bestimmt irgendwie auf dem auto ablassen oder wie viel ist denn im uaz drin wie viel liter was waren so 50 60 liter habe ich aber schon mehr raus noch 22 von 78 immer noch immer 20 liter rausholen ja jetzt habe ich zwei liter fliegst du jörg oder was das mal probieren ansonsten gebe ich dir das steuer dann um so neun und so 180 grad zur barrel roll gedreht blitz 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 und jetzt zur safe zone oder was baut ein cargo rope soll ich einen extended cargo rope machen? nein alle, dass sie das vergessen haben was? den busch aufzustellen ach du scheiße alles können wir noch machen der Zug ist abgefahren ja, da haben die Wechsel wahrscheinlich gedacht alle, nein, da ist ein aufbaubarer Busch drin ja man, deswegen haben die dich auch gejagt ja, das sind richtige Knechte Ils bet experimenting